Flippin' in the A Hallo zusammen, ich bin Kai Schlatter, ich bin 17 und ich turne seit ich 6 bin. Im Moment trainiere ich 28 Stunden in der Woche, um mich für die E-Jof 2019 und die Junioren EM 2020 zu qualifizieren zu können. Es war immer schon das Ziel, dort zu starten und dieses Jahr könnte ich arbeiten und auch du kannst mich auf dem Berg unterstützen.